Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meiner Chakren-Serie. Heute beschäftigen wir uns mit dem fünften Chakra, nämlich unserem Kehlkopf-Chakra, auch genannt das Vishuddha-Chakra. Wir wollen uns heute vor allem um unseren kreativen Ausdruck kümmern und dabei eine Wechselwirkung zwischen An- und Entspannung erzeugen und somit unsere Aufmerksamkeit vor allem auf unseren Hals legen. Warum machen wir das Ganze? Um natürlich unser Vishuddha-Chakra hier sanft anzuregen und auch auszugleichen, damit wir einen fließenden Austausch schaffen zwischen unserer inneren und äußeren Welt und damit unsere Gedanken hierbei freier fließen können und wir somit hier kreativer in unserer Welt werden. Für diese Yoga-Einheit braucht ihr eigentlich keine Materialien, sondern nur eure Yogamatte und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten im Sitzen. Komme zunächst in eine bequeme sitzende Position. Du kannst entweder deine Beine in Sukhasana ablegen, der Schneidersitz oder Siddhasana. Eine Variation davon. Sollte der Schneidersitz oder die Variation für dich nicht möglich sein, dann wechsel doch bitte in den Fersensitz oder hol dir einen Yoga-Block oder ein Kissen und setz dich darauf. Lege deine Hände wie eine kleine Schale in den Schoß oder auf den Oberschenkeln ab und dann schließe ich hier einmal deine Augen. Nimm dir zwei, drei ganz bewusste Atemzüge, um bei dir und auf deiner Matte anzukommen. Deine Schultern sinken dabei sanft nach hinten und unten. Und dann wandern wir schon mit unserem Fokus auf unseren Hals, indem wir in Ujjayi atmen. Ujjayi ist eine sanfte Stimmbritzenverengung und dadurch entsteht ein Rauschen. Stell dir dabei vor, du hauchst mit geschlossenem Mund gegen einen Spiegel und dabei nicht nur mit der Ausatmung, sondern halte diese Spannung im Hals auch mit der Einatmung. Ein ganz sanftes Rauschen entsteht dabei. Du kannst dieses Rauschen selber kontrollieren, du kannst es stärker machen oder auch leichter. Finde hier eine Version, die für dich angenehm ist. Und dann lass den Atem hier durch deinen Hals strömen. Erzeuge ein Rauschen. Ujjayi wird auch der siegreiche Atem genannt. Spüre dabei, wie dein Atem sich automatisch in die Länge zieht. Und wenn Atempausen nach Ein- oder Ausatmung entstehen, lass sie zu. Noch zwei Atemzüge in Ujjayi. Und dann atme ganz natürlich weiter. Sollte Ujjayi dir bekannt sein, dann kannst du gerne während der gesamten Yoga-Praxis den Ujjayi-Atem halten. Sollte diese Atmung für dich neu sein, dann atme ganz natürlich in unserer Yoga-Stunde. Atme hier nun noch einmal ein und öffne mit der Ausatmung sanft deine Augen. Wunderbar. Beweg einmal deine Schultern, kreise sie nach hinten. Gerne auch einmal mit dem Kopf halbkreise ziehen, von der einen Schulter zur anderen. Neige dich einmal nach rechts und einmal nach links. Auch einmal sanft aufdrehen hier, einmal nach rechts und einmal nach links. Verzahne die Finger hinter dem Rücken, strecke dein Brustbein nach vorne. Auch hier einmal tief ein- und ausatmen. Löse auf. Wunderbar. Komm entweder über die Knie oder über die Seite in den Vierfüßler. Stell die Knie unter deinen Hüftgelenken auf, die Handgelenke sind unter der Schulter. Hände schön weit aufgefächert, eine Runde Katze, Kuh. Einatmen, streck deinen Rücken schön durch. Der Blick hebt sich Richtung Decke, Schulter und ziehen weg von den Ohren. Und mit der Ausatmung roll dich vom Becken aus ein. Schieb den oberen Teil deines Rückens schön nach oben. Einatmen, strecken. Ausatmen, runden. Einatmen, strecken. Ausrunden. Noch zweimal so. Und wir treffen uns alle in der neutralen Position. Stell hier einmal den rechten Fuß hinten auf und übe Druck aus. Schieb hier dein Gewicht nach hinten. Erzeuge eine Dehnung in der rechten Wade. Noch drei, zwei, eins. Und auflösen. Stell das linke Bein hinten auf. Das gleiche auf dieser Seite. Und halte noch für drei, zwei, eins. Und auflösen. Wunderbar. Stell die Füße hinten auf. Und dann schieb die Hüfte einmal nach hinten und oben. Wir kommen in den herabschauenden Hund. Trete einmal auf der Stelle. Bring abwechselnd recht und linke Ferse hier zu Boden. Lass deinen Fokus in der Streckung des Rückens. Und dann steige mit dem rechten Fuß einmal nach vorne zwischen die Hände. Wir kommen in den High Lunge. Mach den Schritt ein kleines bisschen kleiner, aber nicht zu klein. Und dann zieh die Arme einmal nach vorne, aber nicht nach oben kommen. Arme, Oberkörper und linkes Bein bilden eine Linie. Halt noch für drei Atemzüge. Dann atme noch einmal tief ein. Und die Arme ziehen nach hinten mit der Ausatmung. Bleibe gefestigt. Bleibe stark. Schultern ziehen leicht nach hinten unten. Dein Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme nach oben zur Decke. Oberkörper hebt sich mit. Wunderbar. Hier gerne noch etwas tiefer setzen, wenn du das möchtest. Lehn dich leicht nach hinten aus dem oberen Teil deines Rückens. Und dann bring hier einmal deine Handflächen aufeinander und lege die Hände hinter dir auf deinem Rücken ab. In deinem Nacken. Die Ellbogen ziehen zur Seite. Hebe hier leicht dein Kinn. Schiebe es etwas nach vorne. Und drücke ganz leicht mit deinem Hinterkopf in deine Hände. Einmal tief einatmen hier. Und auflösen. Ausklappt. Den linken Fuß einmal um. Rechtes Bein bleibt gebeugt. Und wir kommen in Krieger 2. Der rechte Arm zieht nach vorne. Der linke nach hinten. Dein Blick über die rechte Hand nach vorne. Deine Hüfte zieht zum langen matten Rand. Der Oberkörper ist zentral über deinem Becken ausgerichtet. Und das rechte Knie fällt nicht nach innen, sondern ist über dem rechten Sprunggelenk. Hier noch einmal tief einatmen. Und mit der Ausatmung kommen. In Paschvakonasana. Stütz dich mit deinem rechten Ellbogen auf dem Oberschenkel ab. Der linke Arm zieht einmal nach oben zur Decke. Dein Blick folgt. Und dann kommen wir in eine Variation passend für heute. Und zwar lege einmal deine linke Hand an deinen Hinterkopf. Zieh hier die linke Schulter etwas nach hinten. Öffne dich hier in der Achse. Dein Blick geht zur Decke. Drück dich auch aus der rechten Schulter heraus. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann löse die Hand vom Hinterkopf noch einmal zur Decke strecken. Und mit der nächsten Einatmung zieh der linke Arm dich wieder zurück in Krieger 2. Hier noch einmal tief einatmen. Und mit der Ausatmung dreh dich zurück in den High Lunge und steig mit dem rechten Fuß nach hinten in den herabschauenden Hund. Wunderbar. Gern noch einmal auf der Stelle treten. Abwechselnd rechte und linke Ferse hier zu Boden schieben. Und dann steigen wir mit dem linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Den Schritt wieder ein kleines bisschen kleiner machen. Und dann ziehen die Arme nach vorne. Oberarme, Rücken, rechtes Bein, eine Linie. Noch zwei Atemzüge. Sei ganz stark. Bleib dabei. Hier noch einmal tief einatmen. Und mit der Ausatmung zieh die Arme nach hinten. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Hier und mit der nächsten Einatmung. Die Arme kommen nach oben. Oberkörper hebt sich mit. Sehr schön. Bring nun die Handflächen aufeinander. Atme hier noch einmal tief ein- und mit der Ausatmung leg die Hände hinter dir ab. Die Ellbogen ziehen nach außen. Ein Blick hebt sich. Kinn schiebt leicht nach vorne. Noch zwei Atemzüge hier. Und langsam auflösen. Stell den rechten Fuß um. Die Fersen auf einer Linie. Die Arme ziehen nach vorn und hinten. Schultern weg von den Ohren. Dein Blick über die linke Hand. Linkes Bein gebeugt, rechtes ist gestreckt. Achte auch hier wieder auf deine Ausrichtung. Denk daran, Oberkörper schön zentral. Die Hüfte zieht zum langen Mattenrand. Beide Arme auf gleicher Höhe. Und dann atme hier noch einmal tief ein- und ausatmen. Paschvakonasana. Linke Ellbogen stützt auf dem Oberschenkel. Der rechte Arm zieht nach oben. Und dann leg auch hier die rechte Hand hinter den Kopf ab. Dreh dich nach rechts auf. Fühl hier die gute Dehnung in deiner Achselhöhle. Noch zwei Atemzüge. Und dann streckt den rechten Arm wieder nach oben aus. Mit der nächsten Einatmung zieht der rechte Arm dich zurück in Krieger 2. Hier noch einmal tief einatmen und mit der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund zurück. Einmal auf der Stelle treten. Noch einmal schön durchstrecken. Und dann bring die Knie auf die Matte. Lege deine Füße um. Bau ein Kissen mit deinen Händen. Leg die Stirn darauf ab. Und spüre hier einmal nach. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Laufe etwa in die Mitte deiner Matte. Und komme in den Kniestand. Stell die Füße hinten einmal auf. Deine Knie sind in etwa zwei Faustbreit auseinander. Und dann kreise die Schultern einmal nach hinten. Stütze dich an deinem Kreuzbein. Lehne dich aus dem oberen Teil deines Rückens zurück. Und blicke nach oben. Gehe hier nur so weit, wie es für dich angenehm ist. Wenn du den Kopf ganz in den Nacken legst, dann öffne leicht deinen Mund. Nächste Einatmung. Bring zuerst den Kopf zurück. Und dann löse hier einmal auf. Wir kommen nun in eine Variante. Und wenn du merken solltest, die Variante funktioniert überhaupt nicht für dich, dann komm jetzt bitte gleich wieder in die erste Variation. Höre auf deinen Körper. Also wir sind erneut im Kniestand. Und dann kreise einmal mit dem linken Arm nach hinten und stütze dich auf der linken Ferse ab. Leichte Drehung hier im Oberkörper. Stütze dich auf der linken Ferse ab. Und der rechte Arm zieht nach hinten. Du öffnest dich hier in deiner Brust. Dein Blick geht Richtung Decke. Achte darauf, dass die Hüfte nach vorne schiebt und über den Knien bleibt. Du hier in der linken Schulter nicht einsinkst. Starker Hals, noch einen Atemzug. Und dann löse auf, bring zuerst den rechten Arm nach vorne und spanne die Körper mit an. Zieh dich nach oben. Andere Seite. Wir kreisen mit dem rechten Arm nach hinten. Stütze dich auf der rechten Ferse ab. Lehn dich nach hinten. Hüfte zieht nach vorne. Der linke Arm öffnet sich hier. Dein Blick geht zur Decke. Noch zwei Atemzüge. Und erst den Arm nach vorne bringen. Spanne die Körpermitte an und komm heraus. Wunderbar. Eine Runde in Balasana ablegen. Die Haltung des Kindes hier. Wieder die Arme nach vorne ziehen. Stirn Richtung Boden oder gerne abgelegt. Noch zwei Atemzüge hier. Next. Ein und dann komm wieder nach oben. Und schwinge einmal deine Beine nach vorne durch. Rutsch in etwa in die Mitte deiner Matte. Deine Beine sind nun nach vorne gestreckt. Und stütze dich hinter dir ab. Deine Handgelenke sind in etwa unter deinen Schultergelenken. Und dann wirst du nun in deinem gesamten Körper ganz fest wie ein Brett. Mit der nächsten Einatmung heben wir hier unsere Hüfte nach oben. Dein Blick geht Richtung Decke. Oder du kannst deinen Blick auch nach hinten nehmen. Öffne hierbei leicht den Hals. Deine Füße sind gepointet und ziehen noch nach vorne. Noch zwei Atemzüge hier. Hüfte noch etwas höher. Und langsam absetzen, auflösen. Wunderbar. Rutsche nun ein bisschen nach vorne. Und lass dich auf deinen Rücken ab. Zieh die Knie einmal ganz nah zu dir. Schenk dir hier zwei tiefe Atemzüge. Und es kann nun sein, dass du vielleicht noch ein bisschen nach vorne rutschen musst. Wir kommen als nächstes in den Pflug. Und zwar dazu heb einmal deine Hüfte nach oben an. Stütze mit den Händen am unteren Rücken ab. Bring deine Knie auf deine Stirn und dann streck die Füße nach hinten aus. Vermeide es unbedingt in dieser Haltung, deinen Kopf zu drehen. Den Blick bleibt zentriert. Arbeite an der Streckung deiner Beine. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann winkel deine Beine an. Wir kommen in den Schulterstand. Stütze dich wieder an deinem Rücken ab. Die Beine sind Richtung Decke ausgestreckt. Letzter Atemzug hier. Und dann lass dich ganz langsam auf der Matte wieder ab. Stell die Beine in X-Form am Boden auf. Lehn die Knie gegeneinander. Und spüre hier für drei Atemzüge kurz nach. Fühle in deinen Hals. Wir kommen nun noch in eine Variante des Pfluges. Und zwar sind die Beine in dieser Variante nicht gestreckt nach hinten, sondern sie sind angewinkelt. Und die Knie sinken neben deine Ohren. Sei bitte nicht verzweifelt, wenn es nicht gleich am Anfang klappt. Du kannst auch optional die Knie auf deiner Stirn ablegen. Ich zeige dir erst die Variante mit der Stirn. Und wenn du hier auch sehr flexibel bist, kannst du die Knie neben die Ohren nehmen. Wie kommen wir hinein? Und zwar, wir heben das Becken wieder nach oben an. Stützen uns am unteren Rücken ab. Und dann lass die Knie zunächst auf die Stirn ab. Bleibe hier oder lass die Knie neben deine Ohren ab. Die Unterschenkel liegen am Boden. Noch einen Atemzug. Und dann löse auf, indem du dich ganz langsam hier wieder auf der Matte ausrollst. Die Knie noch einmal exakt zusammenlegen. und spüre noch einmal nach für drei Atemzüge. Rutsche wieder etwas in die Mitte deiner Matte. Die Füße sind auf der Matte aufgestellt und ganz eng. Die Beine berühren sich. Streck die Arme nach rechts und links aus. Atme hier noch einmal tief ein. Und mit der Ausatmung lass beide Beine zusammen nach rechts fallen. Dein Blick geht nach links. Wir kommen hier in eine sanfte Variante des Krokodils. Wenn du die Drehung stärker spüren möchtest, dann zieh das linke Bein hier ein bisschen höher. Wir bleiben hier noch für drei Atemzüge. Genieße diese sanfte Drehung. Mit der nächsten Einatmung. Komme langsam zur Mitte zurück. Stell die Beine wieder eng zusammen. Und dann lass sie voller Achtsamkeit nach links ab. Der Blick geht nach rechts. Gerne kannst du hier das rechte Bein noch wieder höher nehmen. Genieße hier den Twist von deiner Lendenwirbelsäule über die Brustwirbelsäule hin zu deiner Halswirbelsäule. Noch zwei tiefe Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung komm wieder zur Mitte zurück. Und hol die Knie zu dir heran. Umfangen sie. Schaukel leicht von links nach rechts. Zentriere dich wieder in der Mitte. Und dann greife einmal deine Fußkanten an der Seite. Öffne deine Beine leicht und die Knie schmelzen hier in deine Achselhöhlen. Versuche in der Happy Baby Pose so viel Rücken wie möglich auf den Boden zu drücken. Und wenn es für dich sehr angenehm ist, dann schaukel hier leicht von links nach rechts. Sollten die Füße für dich hier sehr weit weg sein, kannst du natürlich auch deine Knöchel greifen. Kein Problem. Und dann löse sanft auf. Strecke deine Beine am Boden aus. Öffne deine Beine ungefähr mattenbreit. Lass die Füße locker zur Seite fallen. Dreh deine Hand in den Flächen nach oben. Schaffe hier schönen Platz zwischen den Ohren und den Schultern. Und dann atme noch einmal tief ein und mit der Ausatmung lass jegliche Anspannung los. Jede Ausatmung bringt dich tiefer in Shavasana. Tiefer in deine Schlussentspannung und kleinen Abschlussmeditation auf unser Vishuddha Chakra. Stelle dir nun einen kleinen hellblauen Lichtkreis vor, der mitten in deinem Kehlkopf liegt. Visualisiere, wie dieser kleine Energiewirbel mit jedem Atemzug immer größer wird. Nach und nach strahlt dieser hellblaue Energiewirbel in deinen gesamten Hals- und Nackenbereich. Fühle dieses wohltuende, heilende, hellblaue Licht in deinem Hals, Rachen, Luft und Speiseröhre. Und auch, wie es sich auf deine Atmung auswirkt. Genieße dieses Gefühl in der absoluten Regungslosigkeit von Shavasana. Und auch, wie es sich auf deine Atmung auswirkt. Und auch, wie es sich auf deine Atmung auswirkt. Und auch, wie es sich auf seine Atmung auswirkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vertiefe nun deine Atmung. Beginne deine Finger und Fußzehen zu bewegen. Kreise deine Hand- und Fußgelenke und strecke dich einmal so richtig aus. Ziehe deine Knie noch einmal zu dir heran. Schaukel leicht von links nach rechts und dann komme mit geschlossenen Augen über eine Seite deiner Wahl nach oben in den Sitz. Wir nehmen unsere Hände in Anjali-Modra vor der Brust zusammen. Spüre hier noch einmal nach in deinen physischen und geistigen Körper. Und dann verneige dich vor dir selbst, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr neu seid und mehr über die Chakren erfahren wollt, findet ihr die Videos in meiner direkten Chakren-Playlist. Und ansonsten könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um kein weiteres Video hierbei zu verpassen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschalten habt und freue mich schon auf euch im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.